Morgen, Junge. Ja, ich kann nicht verstehen. Mir ging das übrigens ganz genauso, nachdem du mir das erzählt hattest. Ja, ich hab dir gediedelt erzählt. Na, das hätte ich ja mal lieber nicht tun sollen, weil ich hatte gleich einen Haufen Ideen, was sie machen will. Die will ja da zu den Palts, zu dem Haus bei euch, ja? Und will da richtig Bambule machen. Die will sich die mal vorknippen. Außerdem hat sie gesagt, will sie da Einzelmännchen spielen und allen möglichen Blödsinn machen. Einzelmännchen. Das Einzelmännchen sollte ich vielleicht eher spielen. Ich hab gesagt, Gitti, du kannst solche Leute nicht verbessern. Du kannst dich ärgern. Ja, lass das. Ich möchte der Frau auch an den Haaren ruppen. Aber die passen nur ja nicht hierher, ja?